Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi und es geht um das nächste Kunstgewerke. Keine Ahnung, wer das übersetzt hat. Und zwar den Eierkottang Boden Birdie. Auch wieder eine Glanzleistung langer Wörter. Eine Glanzleistung aller, ist das jetzt wirklich nötig gewesen? Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Oh, hier oben geht's weiter. Und da ist nicht nur das erste Wuffelchen. So, ein paar Eier tanken und es ist immer gut wenigstens ein Wuffelchen dabei zu haben. So als ewiges Ei. Nicht, dass einige zwischendurch die Eier ausgehen, das wäre ja echt ätzend. So, Eierkarton Boden Birdie. Was hat das da einmal hintereinander? Eierkarton Boden Birdie, Eierkarton Boden Birdie, Eierkarton Boden Birdie. Ja, gut, geht. Kein Zungenbrecher. Ich weiß, ich habe ihn gesehen, als ich die Schnuffelchen gesammelt habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Und ich glaube, es war dort. Da ist er. Es war hinter einem Ball. Gut, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, holt euch ein Abo. Drückt die Glocke und verpasst keines meiner Videos. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.